So, Leute, es kann weitergehen, eine kleine Sache, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ihr hört den Hintergrund-Sound jetzt nicht mehr, das kommt, weil mein Camtasia-Studio abgelaufen ist, also die Test-Version, hatte ich 30 Tage, die 30 Tage sind vorbei, ja, ich bin jetzt seit 30 Tagen Let's Player, Hurra, und, naja, ich musste hier mit Fraps ein bisschen noch irgendwie mich schnell aushelfen, weil das Bearbeitungs-Studio habe ich noch, von Camtasia, und das werde ich auch weiterhin nutzen, weil ich damit sehr gut zurechtkomme eigentlich, ja, Windows Movie Maker ist mir zu kompliziert, haha, nein, also ich muss damit irgendwie jetzt zurechtkommen, und ich hoffe, ihr könnt erstmal auf den Hintergrund-Sound, äh, euch, ähm, dingstens, ihr benötigt ihn nicht so sehr, haha, und, achja, genau, äh, mich hat in den letzten Parten so aufgeregt, wie scheiße ich spiele, ehrlich, ich will jetzt versuchen, so selten wie möglich zu sterben, ich sollte echt mir, ich wollte mir jetzt viel mehr Mühe geben, und, weil, das, man muss sich einfach mehr Mühe geben, ich darf nicht einfach, äh, losfahren, äh, schulende, äh, dingstens, und so, na, hier ist nichts, okay, ja, das habe ich schon vorhin geguckt, glaube ich, naja, egal, ja, und, keine Ahnung, wo jetzt der Weg ist, zu Area 4, aber ich glaube, den werden wir schon finden, das Spiel hat mich auch gestern ein bisschen angekotzt, weil es, weiß nicht, ich mag dieses Futuristische nicht mehr, ich will draußen, nach draußen, in den Wald wieder, oh, scheiße, so, oh Gott, äh, hoch hier, gut, äh, da oben ist gleich noch so ein Viech, ich mach einfach mal, äh, ja, so geht das, äh, da steht's gar nicht auf mich gut, ja, pff, war ein bisschen verwirrt, ne, okay, finde ich schade, dass ihr die Musik jetzt gerade nicht hört, ich glaube, ihr hört sie nicht, also, vorhin, als ich es probiert habe, hat man sie nicht gehört, nur meine Stimme, meine engelsgleiche und süße Stimme, und, ähm, naja, also, Glück für euch, weil, eigentlich ist mir die Musik schon auf den Sack gegangen, äh, auf den Senkel, und, oh Gott, oh Gott, wir haben den Geheimweg gefunden, und, oh, geil, ich dachte schon, ich komme hier nie weiter, hab ich echt irgendwie schon ein bisschen Angst gehabt, weil ich absolut keine Ahnung hatte, wo er, ah, wo lang, so, ah, okay, aber, scheint, als ob wir den Weg gefunden haben, ist gut so, ja, ah, wunderbar, äh, gucken wir erstmal, oh, hier hoch, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr so schnell sterben, ich versuche mich anzustrengen, ah, von diesen Dinger kriegen wir die Hoover-Teile, okay, ach, was soll's, wir hauen ab hier nach unten, weg hier, meistens ist es nie der erste Weg, den man sieht, aber, Raum kommt mir bekannt vor, zu bekannt, ne, ich glaube, wir laufen nahe durch wieder in den Kreis, ich, geh erstmal hier lang, im Ganzen, im Groben, im Ganzen, hab ich halt keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber, 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 ich, verlasse mir auch mein Instinkt, da längst sieht's anders aus, komme ich nicht von hier, ne, ach, du Scheiße, äh, what, kommen wir da durch diese Döcke mit unserem Panzer, ich versuch's mal, nein, was soll denn der Scheiß, äh, naja, was soll's, weg hier, gehen wir mal oben lang, aber ich glaube, von oben kommen wir, na, was soll's, der Raum wird es uns verraten, oh ja, von hier kommen wir, gehen wir doch unten lang, auch wenn mein Instinkt dagegen spricht, ups, was soll's, ähm, ja, ich hoffe, ich kann das Spiel bald beenden, das ist eigentlich ganz lustig, aber, weiß nicht, auch irgendwie geht's ein bisschen, weiß nicht, das Dungeon suchen gefällt mir doch nicht mehr so sehr, wie das Dungeon machen, aber noch weniger gefällt mir jetzt, die Bösse machen, oh Gott, gut, zack, so, hier, vorbei, lass uns vorbei, gut, die lassen wir mal rumhüpfen da, wir gehen jetzt mal unten lang, ja, das letzte Mal sind wir oben lang gegangen, au, 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 oh, na toll, oh Gott, aah, na, super, ähm, stirb, jetzt hauer die ab, jetzt kriegen wir sie, wenn wir hier hochkommen, dann sind sie dran, Okay, das war einfach. Und, ah. Rein hier? Nein, weg hier. Kein Bock gerade. So. Ich weiß jetzt, dass hier oben immer welche kommen. Genau. Oh Gott. Was? Wieso kann er in der Luft stehen bleiben? So. Gott, ich hab absolut keinen Plan. Oh, hier wieder dieser Weg. Oh Gott, jetzt nicht explodieren. Oh oh. Oh, hat uns nicht erwischt. Oh, unsere Hooverfähigkeit geht uns aus. So, das war nötig. Weil wir verlieren sowieso alles, wenn wir sterben und tüdüdüdüdüdüdü. Gib uns Energie. Hey. Oh Gott, oh Gott. Raus hier. Nö. Ich will nicht sterben. Kämpfe ich lieber als kleiner Manneken hier. Oh Gott, hier. Nö. Oh Gott. Stirb. In diesen Wagen gehe ich nicht rein. Auch wenn ich keinen anderen Ausweg sehe. Okay. Es war schön mit euch. War es eine Bombe? Wer hat meinen Wagen in die Luft gesprengt? Na ja, weil geht's. Hurra. Wo sind wir hier? Diese Musik. Hört sich am Anfang ja noch gar nicht so schlecht an. Nio, ne? Oh Gott. Weg mit dir, du Ei. Es sind Eier. Ja. Für mich sind es Eier. Oh, weg hier. Einfach abhauen. Einfach runter. Oh Gott. Nein. Nein. Ich wollte nicht so oft getroffen werden. Und das werde ich auch nicht zu mir. So. Ja, hier kennen wir uns schon. Okay. H. Ein H braucht man immer. Und zwei.